Retro Gaming 2022 Erinnerst du dich noch an die gute alte Zeit, als Gaming noch mit 8 Bit geschrieben wurde? Heute Abend zocke ich im Livestream alle Klassiker aus eurer Kindheit. Super Mario, Zelda, Dr. Mario, Punch-Out, Donkey Kong, Castlevania und viele, viele andere mehr. Über 30 Stühle zur Auswahl. Das Ganze auf der Nintendo Entertainment System Classic Mini. Heute Abend auf all meinen Kanälen bei YouTube, Twitch und Facebook im Livestream um 20.30 Uhr geht's los. Seid dabei und entscheidet im Live-Chat, mit welches der Games aus eurer Kindheit ich zocken soll. Bis heute Abend. Ich freue mich auf euch. Bis heute Abend.